Fast ein Jahr Funkstille, Bibi wird 30 Jahre alt. Die Fans vermissen Bibi Klaassen, 30. Die Netzbekanntheit hatte vor über 10 Jahren ihr erstes Video auf YouTube veröffentlicht. Danach ging es steil bergauf. Die Blondine und ihr Partner Julian, 29, wurden zu den größten deutschen Webstars überhaupt. Vergangenes Jahr kam dann der Schock, das Paar gab seine Trennung bekannt. Seitdem herrscht auf allen Kanälen der Beauty absolute Sendepause. Heute an ihrem Geburtstag denken besonders viele Follower an ihr Idol. Zahlreiche User suchen zu diesem Anlass das Instagram-Profil der einstigen YouTuberin auf und gratulieren ihr unter dem letzten Bild aus dem Mai vergangenen Jahres zu ihrem Ehrentag. Eine Followerin schreibt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Bibi, wir hoffen. Dir geht es gut, und dass du seit Monaten noch glücklicher bist als vorher. Auch der Influencer 24 Tim, 22, kommentiert, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wir denken alle an dich. Er fügt außerdem einige traurige Emojis und ein Herz hinzu. Vor einigen Wochen gab es ein mögliches Lebenszeichen von der Zweifach-Mama. In der Instagram-Story ihres Ex war zu sehen, wie dieser mit seinen Kindern herumalberte. Auch im Hintergrund schien ein Spiel stattzufinden und ein lautes Nein war zu hören. Die Stimme klang sehr vertraut und könnte Bibis gewesen sein. Die Stimme klang sehr vertraut und die Stimme klang sehr vertraut und die Stimme klang sehr vertraut. Die Stimme klang sehr vertraut.